Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ernte in der Ukraine – Felder kann man nicht evakuieren. Ernte in der Ukraine – Herausforderungen und Perspektiven Die Erntezeit in der Ukraine steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Angesichts des anhaltenden Konflikts im Land stellt sich die Frage, wie Landwirte in den Kriegsgebieten mit der Situation umgehen können. Experten und Landwirte berichten von enormen Herausforderungen, die nicht nur die Ernteerträge, sondern auch die gesamte Landwirtschaft in der Ukraine gefährden. In einem aktuellen Gespräch äußerten Landwirtschaftsspezialisten, dass viele Felder in den Kriegsgebieten stark beschädigt sind. Sie wiesen darauf hin, dass die evakuierte Fläche zwar reduziert werden kann, aber die landwirtschaftliche Produktion in vielen Regionen dringend proaktive Maßnahmen erfordert. Dies bedeutet, dass die Landwirte gezwungen seien, trotz großer Risiken ihre Felder weiterhin zu bearbeiten. Die Notwendigkeit, die Felder zu bewirtschaften, komme aus der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung, die die Landwirte gegenüber ihren Mitarbeitern und Familien empfinden. Weitere Berichte belegen, dass die Ernteerträge unter den gegenwärtigen Umständen drastisch gesenkt werden könnten. Laut lokalen Agrarwissenschaftlern könnte eine Kombination aus fehlerhaften Ackerpraktiken und den Herausforderungen der Logistik während des Krieges zu einem signifikanten Rückgang der Produktion führen. Diese Experten sehen einen starken Zusammenhang zwischen der Sicherheit der Felder und der Fähigkeit, diese nachhaltig zu bewirtschaften. Zudem merken Fachleute an, dass viele Landwirte gezwungen seien, innovative Ansätze zu finden, um ihre Ernte aus den Krisengebieten zu transportieren. Der Warentransport sei erheblich beeinträchtigt, da die Infrastruktur in vielen Regionen stark beschädigt ist. Um die Ernte ins Ausland zu bringen, sind alternative Routen und Methoden erforderlich, die jedoch oft mit hohen Kosten und Herausforderungen in der Planung verbunden sind. Abschließend lässt sich sagen, dass die Situation in der Ukraine zwar herausfordernd ist, jedoch zeigt sie auch den ungebrochenen Willen der Landwirte, ihre Arbeit fortzusetzen. Es bleibt zu hoffen, dass die internationale Gemeinschaft und Hilfsorganisationen Unterstützung anbieten können, um die landwirtschaftliche Produktion in der Region zu sichern. Die Anstrengungen der Bauern inmitten von Krisen könnten ein entscheidender Faktor für die Erholung der ukrainischen Wirtschaft sein, sobald der Frieden zurückkehrt. Autor Anita Farke, Montag, 16. September 2023 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.